Menschliche Interaktionen sind ein Geflecht aus bewussten und unbewussten Signalen. Viele dieser Signale sind so subtil, dass sie leicht übersehen werden können, besonders wenn es um Romantik und emotionale Verbindung geht. Es stellt sich also die Frage, wie weiß man, ob jemand regelmäßig an einen denkt, besonders wenn diese Person versucht, diese Gefühle nicht offensichtlich zu zeigen. In diesem Video werden wir tiefer in dieses Thema eintauchen und dir 10 subtile Anzeichen zeigen, die darauf hinweisen können, dass sie ständig an dich denkt. Hier sind 10 Anzeichen, dass sie ständig an dich denkt. 1. Sie sucht den Augenkontakt Die Augen verraten viel über das, was jemand fühlt. Wiederholter und längerer Augenkontakt, vor allem in Gruppensituationen, kann darauf hindeuten, dass sie an dich denkt. Es ist nicht nur ein Zeichen von Interesse, sondern zeigt auch ein tiefes Gefühl der Verbindung. 2. Sie schreibt dir regelmäßig In der digitalen Welt von heute ist es einfach, mit Menschen in Kontakt zu treten. Doch wenn sie ohne klaren Grund dir Nachrichten sendet, vielleicht sogar mitten in der Nacht oder zu ungewöhnlichen Zeiten, dann könnten das Gedanken an dich sein, die sie nicht loslassen. 3. Sie erwähnt gemeinsame Erinnerungen Das Aufgreifen alter Erlebnisse oder das Teilen von Erinnerungen, besonders wenn sie nicht so bedeutend scheinen, zeigt, dass diese Momente für sie etwas Besonderes waren und sie diese mit dir verbindet. 4. Sie interessiert sich für deine Aktivitäten Wenn sie Fragen zu deinem Tag stellt, sich für deine Hobbys interessiert oder wissen möchte, was du am Wochenende vorhast, zeigt das, dass sie über dich nachdenkt und sich wünscht, Teil deines Lebens zu sein. 5. Sie versucht Nähe zu schaffen Das kann physisch sein, wie zufällige Berührungen oder emotional, wenn sie dir persönliche Geschichten erzählt. Dieses Verhalten zeigt, dass sie eine engere Verbindung zu dir sucht und oft an dich denkt. 6. Sie spricht über dich mit anderen Wenn Freunde oder Bekannte dir erzählen, dass sie von Gesprächen mit ihr über dich erfahren haben, ist das ein klares Zeichen dafür, dass du oft in ihren Gedanken bist. 7. Sie nimmt sich Zeit für dich Trotz eines vollen Kalenders findet sie immer Zeit für ein Treffen oder einen Anruf. Das zeigt, dass du eine Priorität in ihrem Leben bist. 8. Sie erinnert sich an Details Die Tatsache, dass sie sich an kleine Dinge erinnert, wie deine Lieblingsfarbe oder das Restaurant, das du erwähnt hast, zeigt, dass sie wirklich zuhört und an dich denkt. 9. Sie überrascht dich Überraschungen können in Form von Geschenken, einem unerwarteten Besuch oder sogar einer Nachricht kommen. Diese kleinen Gesten zeigen, dass sie dich im Kopf hat und dir Freude bereiten möchte. 10. Sie gibt dir das Gefühl, besonders zu sein Es sind die kleinen Dinge wie ein Kompliment oder die Art, wie sie dich ansieht, die dir das Gefühl geben, dass du für sie etwas Besonderes bist. Jeder Mensch zeigt seine Zuneigung und sein Interesse auf unterschiedliche Weise. Es ist wichtig, aufmerksam für diese subtilen Signale zu sein, um zu erkennen, ob jemand oft an dich denkt. Auch wenn nicht alle diese Anzeichen präsent sind, können einige davon schon ausreichen, um zu verstehen, dass du in ihren Gedanken eine wichtige Rolle spielst. Emotionen und Gefühle sind komplex, aber das Erkennen dieser Anzeichen kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und Beziehungen zu vertiefen. Wenn dir diese Einsichten geholfen haben, teile das Video mit deinen Freunden und Familienmitgliedern. Es wäre toll, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Teile auch deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren, um die Community zu bereichern.